Heute sind wir in der Gemeinde Neuling und ganz genau in Köpprichen. Eine riesige Dorbehaushälfte mit über 230 Quadratmeter Wohnfläche, einem Grundstück von 1600 Quadratmeter und 90 Quadratmeter Nutzfläche kann ich Ihnen heute anbieten. Dieses Objekt lässt keine Platzwünsche offen. Das Objekt wurde 1955 erstellt und 1984 nochmal kräftig erweitert. Grüß Gott bei Wuppen 70, mein Name ist Jens Stump, ich bin Ihr regionaler Immobilienberater im Enzkreis. Im Erdgeschoss gibt es diese schöne offene Küche mit Esszimmer. Mit anschließendem Kaminzimmer. Dieses geräumige Schlafzimmer mit Zugang zum Garten. Ein allesgerechtes Badezimmer. Und im Eingangsbereich noch das Gäste-WC. Im Obergeschoss geht es ebenso geräumig weiter. Mit dem Badezimmer, mit Dusche, Wanne, Tageslicht? Selbstverständlich. Des Weiteren gibt es auf dieser Etage noch ein WC, eine Abstellkammer und drei Schlafzimmer. Wobei eines davon ein echtes Glanzlicht darstellt. Es ist nicht nur riesig, sondern hat auch noch einen schönen Balkon mit einer tollen Aussicht über die Felder. Das Dachgeschoss ist vollständig ausgebaut und bietet dem neuen Eigentümer zwei große Schlafzimmer, eine Küche und ein tolles Badezimmer. Besonders hervorzogend ist der hohe Kniestock. Selbstverständlich ist das Objekt voll unterkellert und bietet dem Eigentümer nochmal richtig viel Platz. Hinter dem Haus gibt es diese riesige Scheune mit richtig viel Nutzfläche. Da können Sie Ihr Hobby so richtig ausleben. Und diese total unterkellerte Garage. Gemütliche Abende verbringen Sie hinter der Scheune bei diesem tollen Freisitz. Doch nicht nur das Haus ist riesengroß, auch der Garten lässt wirklich keine Wünsche offen. Egal ob für ein Trampolin, ein Swimmingpool oder als Bauerngarten, hier können Sie sich so richtig austoben. Sollten Sie Interesse an dieser riesigen Immobilie haben, dann fordern Sie bitte unser gewohnt aussagekräftiges Exposé an. Und jetzt fahre ich ins Büro und freue mich auf Ihre Anfrage.